Der Yuji Itadori Skin ist da, wir haben ihn geholt und wir testen ihn, weil es hier ein Anime Skin ist, ob der so, wie soll ich sagen, so zu nervt im Game oder so, weil ich finde ihn ziemlich cool, ich habe ihn mir geholt und ja, erst gerne einen Like da auf diesem Video, abonniert den Kanal und viel Spaß beim Video. Ja, wie gesagt, es gibt diese zwei Varianten, von ihm leider kein Style von Tsukuna, leider, leider, leider nicht. Hier seht ihr nochmal, er sieht schon fresh aus, würde ich sagen, ich finde ihn ziemlich fresh und wir gehen rein in Solo Ranked. Man sieht in dem Game gar nicht, dass es so ein Anime Skin ist, wenn ich ehrlich bin. Also man denkt, er ist so ein ganz normaler Stani Skin, würde ich sagen, hätte ich behauptet. So, und da gehen wir auch schon aus dem Battle Bus, also ich finde die Street Version viel, viel besser als die normale Version, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß noch gar nicht, ob ich ihn vorhin schon im Shop, Yuji. Ich spiele auch diese Combo mit dem Stab, mit diesem Holzstab, finde ich ziemlich cool, gefällt mir. Der ja. Ich weiß nicht, ob ich den Pump schoß, man kann es sein. Nein. Der tanzt? Er ist, one shot. Woah, bro. Alter, bin ich zu schocken. Hm? Einmal nicht mehr. Oh. Oho. Was ist denn das? Oh, so ein Heal. Oh, der hat Full Shield. Ja, woher ist es auch noch? Get the fuck out of this game, bro. Get the fuck out, mate. Ich muss ehrlich sagen, Freunde, ich fühle den Skin extrem. Ich glaube, das wird mein Main-Skin. Ich glaube, wenn man mich in Portion erkannt, er käme dann an diesem Skin. Das ist einfach so. Nein. Das war die Pampers. Ich versuche mal das Medaille von hier zu holen. Oh dieses ganze Lobby wieder. Ich lande wieder ganz, mein ganzes Land landet hier einfach Bro. Oh da ist es. Ja. Johnny, Johnny Prime. Ich kriege nur Eier. Wieder eine Eier. Ja, ich bin tot. Oh man. Er hat nur eine Eier. Er hat nur eine Eier. Ich kriege 10 Eier. Ich brauche Hilfe, ich brauche Leben. Er hat mir einen Kämper angeworfen. Oh, wieso? Ich bin so slow. Das waren ja nicht so unsere Freunde. Bro, jeder Munde sieht gleich aus, Mann. Komm mal zu mir. Die hier sind noch mehr. Die waren zu crazy. Oh, Turat! 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 Er baut Palastnebo. Ich sehe nichts wegen meinem Mikrofon. Ich sehe auch noch nie. Schiepe, schiepe. Dead, 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 dead. Ah! Oh! Chill, chill, chill. Chill, chill, chill. Watch from. Ein Leben. Ah, Lint. Ah, Lint. Ah, Lint. So. Bro. Eh, ich... Hinter uns, hinter uns. Hinter uns, hinter uns. Was haben wir fast gesniped? Oh, das ist Riesen, Bro. There you go. Cracked. Schiepe, 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 schiepe. Bro, das macht gar keinen Sinn. Er ist überall durchgekommen. Ja, Bro. Ja, Bro, du... Untertitelung des ZDF, 2020